Ich bin sehr positiv überrascht von Delta Prime, sei es über den Empfang, über die Behandlung. Ich habe auch im Wachzimmer die Feststellung gemacht, ich sehe selten einen Patienten mit akuten Schmerzen. Natürlich, wenn man eine Zahnbehandlung macht, ist es nie angenehm, das weiss man. Aber auch hier, die Schmerzen sind absolut erträglich und es wird vorausgesagt, was man erwartet, dass das Geschwolls kommt und man muss es wieder abklingen lassen, aber man wird vorbereitet, was jetzt einem erwartet. Untertitelung des ZDF, 2020